Aloha, hier ist Teng mit einem Geistesblitz für Dich. Mein jüngster Sohn hat mich mal gefragt, Papa, wie heißen die vier wichtigsten Worte im Leben? Ich habe nur mit den Schultern gezuckt und dann kam es. Ich muss gar nichts. Das hat mir gut gefallen und ich musste dabei an Osho denken. Er beschrieb mal eine ultimative Zentrierungsübung zur Ganzheit, zum Einssein mit sich und der Welt. Sinngemäß, sagte er, folge nur noch dem Weg der Freude. Tu nur noch das, was Dir Freude macht und verbinde Dich dabei mit Deinem inneren Zentrum. Denn da kommt sie her, die Freude. Von wo denn sonst? Er hat das in jungen Jahren mal eine Zeit lang absolut kompromisslos durchgezogen und dabei ist sein Umfeld ziemlich verwirrt. Wenn er zum Beispiel mitten in einer Tätigkeit oder Bewegung plötzlich stoppte und erst dann wieder aktiv wurde, wenn er Freude verspürte. Ich stelle mir gerade vor, wie mitten in der Großstadt die Menschen auf der Straße, im Büro, einfach überall plötzlich stehen bleiben, innehalten und sich selbst beobachten. Wo ist gerade die Freude in mir? Was für eine herrliche Ruhe mitten im täglichen Chaos. Naja, im Stau kann man das ja schon mal testen. Da merkt es eh keiner. Wenn Du Dinge tust, die Dir Freude bereiten, bist Du automatisch in Deiner Mitte. Du bist in Meditation. Wenn Dir etwas keine Freude macht, hör auf damit. Denk an die vier Worte. Ich muss gar nichts. Ja, ich weiß, das wird nicht jedem gefallen, vor allem, wenn er gerade in eine Art Zwangsjacke steckt oder sich diese mehr oder weniger freiwillig übergezogen hat. Ich höre schon die Totschlag-Kommentare. Ja, Du hast gut reden, Tang. Aber ich muss jeden Tag dies und das und kann nicht einfach, wie ich will. Oder sag das mal jemandem in Afrika oder Gott weiß wo auf der Welt. Nein, ich sage es zu Dir, der das gerade hört. Und wenn Du heute wüsstest, dass Du nur noch ein paar Tage zu leben hättest, kämen dann noch die gleichen Ja-Aber-Argumente? Verdammte Hacke, worauf wartest Du? Auf den Weihnachtsmann? Hey, da hat uns jemand bei der Geburt diesen Freukompass fürs Leben eingebaut. Das ist doch ein super Geschenk. Benutzen wir das Ding und folgen seine Richtung. Wenn Dir dieser Geistesblitz gefällt, verleihe ihm Flügel und denk immer dran. Hör auf Dein Herz, lächle und sei glücklich. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.